Ne, da, Brücke, Brücke ist gut. Ach, das ist das Ding. So, wo ist denn jetzt der Alter? Wir gehen jetzt erst mal zu der Ladestation. Ja. Hau ab. Wo genau ist das jetzt? Warte. Hm. Oh ne, komm. Na komm. Untertitelung des ZDF, 2020 Na, 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 na Ist das der Weg zum Alten? This is the way to the altar Ey, komm, hör auf Hallo? Warum kannst du denn nicht so fahren, wie ich das gerne hätte? Wie fährt denn der? Okay, weiter geht's wieder, Blitz Alter Du willst mich jetzt verarschen, oder? Ich muss jetzt erstmal rausfinden, wo der Alte ist Einfach nur, um es zu schauen Ich verstehe es nämlich gerade nicht So, das muss jetzt da weggehen Ich kann das nicht ertragen, wenn das nicht funktioniert Ja, 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 ja Ach Leute, bitte Das lade ich, da habe ich keinen Bock drauf Und gleich wieder da Das wollte ich nicht, aber egal Ich mache mal kurz Pause, bis ich wieder da bin So, wir sind wieder da, wo wir hingehörten Jetzt bin ich nur mal ganz furchtig gespannt Ob wir Diesmal durchkommen Ja, schon klar Ich glaube, wir müssen Hier ist noch einer Sehr schön Hau ab Na, geh weg jetzt So, da ist ein Aufladegerät Das war da, wo wir eben auch schon waren Okay, hier drüber Ja Ja Es ist nicht so, dass wir es dringend bräuchten Aber ein bisschen schon So So, und jetzt versuchen wir das Ganze mal ohne Okay Weiter geht es wieder Aufgeladen Weiter zu dem da hinten Hallo Oh Mann Steuerung Das war eben auch schon so Sag mal So So Alter Ich muss Ich stehe noch da Muss nach rechts Also da Aber halt nicht So, jetzt lass mich bitte nicht nochmal an der gleichen Stelle Schön langsam Hä Hä, hä, hä Was ist das? Sieht doch gut aus Das schaffen wir doch, oder? Na, na, na Komm Ja, komm noch ein Stück Oh, jawoll Oh ja, komm Jetzt ist gut Ist gut Wir schaffen das Das ist eher ein Fußweg Aber mit den Schlaftabletten können wir das nicht machen, ne? So So So, das da sieht schon mal besser aus Das müssen wir nur noch Rausfinden Alter, da geht's doch Das war doch richtig, ja Nochmal zurück Das ist super Da eine Ladestation Liefern Ja, alles Ja Äh Ja Okay Bin gespannt Das überspringen wir mal Danke, dass du mich wieder besuchst Es ist immer schön, dich zu sehen Lass dich umgehen Mal sehen, wie viel du dabei hast Du bist so ganz schön blass Das ist ja ein wahrer Berganfracht Äh, das Voice-Acting im Original Ist sehr schwer herauszufinden Ist Armin Schimmelmann Ja komm, das können wir aber jetzt bitte Na, wie viel Ja Bis zum nächsten Mal Ähm Neuer Auftrag verfügbar Beide Informations Was hätten wir denn? Nein 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 Äh Das könnte ich eigentlich mitnehmen Elkno City Auf der Rückfahrt Komm Jetzt ist die Frage Erstmal Nein Nein Das wollte ich nicht, oder? Nein Okay Da lang Hm Oh Das ist noch Aha Schaffen wir so Mit dem Autochin nicht So Mal hier Und ein Generator Wir versuchen es Wo habe ich jetzt Eigenmartierung C1 Hallo Nochmal schauen Hallo Ja Ja gut Okay B2 B2 Alles klar Ist es jetzt drin? Ja Das machen wir genau so Mh Mhm Oh Oh Wie sollte das gehen? Sollen wir es probieren? Ich habe eine Idee Das ist nicht viel Also Zack 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 Auf den Rücken Nein Äh Und F Ja Besser Okay Oh ja Bestätigen Das ist doch eine Straße Weiterschauen 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 Hä? Wieso? Wieso? Ne Warte Nochmal So Jetzt lass mal gucken Ich weiß ja nicht Ob das so richtig Ob das so richtig ist Auf einigen Weiterschauen Ich weiß ich nicht Wie weit Das jetzt ist Aber Auf die GDs Die jetzt Vielleicht kommen Kann das ganz Okay sein Mal gucken Wir könnten Wir könnten da runter Aber müssen wir nicht Hier kommt bestimmt Auch noch anders runter Frage ist halt Eben nur Ob GDs kommen Ganz ohne GDs Wäre es sehr sehr Untypisch Der Wagen war eh Nicht unserer Wir haben irgendwo Noch im Früh wiederstehen Hier oben Wirkt so Als wären wir Relativ sicher Also Oh Das geht Wir haben das Zweierkskelett Das ist absolut Okay Da hinten sind GDs Wo ist das? Das ist weiter Vorne Wo ist denn das? Okay Machen wir außen rum Woopsa Wo könnte das denn sein? Da will ich jetzt hin Das ist die Ah Da Super Das ist die Frage Was ist das überhaupt Irgendwie von hier aus Macht Ah Small Ja Da will ich noch gucken Ah ja Wow Wir könnten schaffen Mag nichts Ähm Was da ist Was ist das Macht Ah Skyrim Experte Skyrim